Ich glaube nicht, dass der Random dazu kam, irgendeinen wegzumachen. Ist hier ein Ausgang? Nee. Er kommt straight zu euch. Nee, doch nicht. Hier neben ist ein Ausgang. Wenn, dann muss ich jetzt, Jan. Jan. Oh, Jan. Ich klapper dich. Der kommt hierher geflitzt. Nee, der kommt straight wieder zurück, Adi. Machst du auf? Ja, bin dabei, ist fast offen. Ausgang bei der Klaschek ist offen. Von der linken Seite von dir aus gesehen, du musst hinter mich. Ich muss hinter Jan. Schafft ihr es? Weiß ich nicht. Nee, also ich nicht. Oh ja, komm hier durch. Hier durch in den Keller. Bestimmt Blutwächter. Ja! Habt ihr es geschafft? Ja! Lauf, Jan! Fast ein Lappen. Mit dem Böller oder wie hast du es gemacht? Palette. Palette. Killer-Check-Palette. Oh, nice. Ich dachte, du hast es endlich geschafft mit dem Böller. Nein, so gut bin ich auch nicht. Nein, so gut bin ich auch nicht. Nein, so gut bin ich auch nicht. Hier.